Du bist nichts Besonderes, absolut gar nichts, sondern hast mit deinen Problemen, die du gerade hast im Dort-O-Dor-Vertrieb, nicht irgendeine besondere Karte gezogen, die kein anderer hat, auch wenn du das vielleicht noch denkst, sondern du hast dieselben Herausforderungen, dieselben Probleme, wie sie 99% aller anderen haben, die auf deinem Level sich gerade befinden oder das nächste Level letztendlich einfach erreichen wollen. Und warum das so ist, erfährst du in diesem Video. Oft denken wir immer, dass wir mit unseren Problemen ziemlich alleine sind. Das bedeutet, dass man selber so eine ganz individuelle Situation hat, weil beispielsweise gerade irgendein schlimmer Schicksalsschlag passiert ist, weil die finanzielle Situation ist, wie sie ist, weil man viel Verantwortung hat, weil man viel zu tun hat, weil man auch vielleicht besonders demotiviert ist. Aber ich kann dir eins sagen, das ist überhaupt nichts Neues, sondern das ist etwas, was ich jeden einzelnen Tag höre. Also von Kunden, von Leuten, die sich bei uns melden und so weiter und so fort. Und genau deswegen gibt es auch Lösungen für dein Problem. Viele glauben immer, oder wenn du uns auch eine Weile verfolgst, dann siehst du ja die ganzen Kundenergebnisse. Du siehst, wie viel mehr Geld die Leute verdient haben, dadurch, dass sie das Training bei uns gemacht haben. Und sehr wahrscheinlich zweifelst du unsere Kompetenz nicht an. Du zweifelst auch nicht an, dass wir die Kundenergebnisse kreiert haben. Du zweifelst höchstens an, ob du sie für dich selbst auch generieren kannst. Ob das auch für dich klappt. Oder ob deine Situation irgendwie so besonders ist, so selten ist, dass du halt einer der bist von 100, wo es irgendwie nicht richtig funktioniert. So und deswegen hier für dich einfach, halte dich für nichts Besonderes. Deine Probleme sind total normal. Es gibt in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen mal Ausnahmefälle, aber das ist in den allermeisten Fällen überhaupt nicht der Fall. Und wenn es andere vor dir geschafft haben, schaffst du das Ganze auch. Wir haben so ausgeklügelte Strategien, so ausgefeilte Systeme mittlerweile bei uns im Training, so gute Trainer. Wir selbst trainieren noch. Unsere Kunden haben mehrmals die Woche die Möglichkeit, mit mir im Live-Call zu sprechen. Und wir haben mittlerweile auch so ausgearbeitete psychologische Strategien für den Vertrieb, die einfach klappen. Weil Kunden sowieso in 80% der Fällen immer dasselbe hören wollen, um Vertrauen zu gewinnen und eine Kaufentscheidung zu tätigen. Und wir wissen genau, welche Punkte, welche Trigger wir einfach drücken müssen. Wir wissen auch ganz genau, wie wir es dir beibringen. Wir wissen auch ganz genau, wie wir dir helfen können, deine Barrieren zu durchbrechen. Egal, ob es jetzt Mindset-Barrieren sind, ob es gerade private Themen sind oder ob es einfach nur Herausforderungen an der Tür sind. Dass du nicht weißt, wie du die Einwände richtig behandelst, dass du nicht weißt, was du auf welche Einwände mitgibst und so weiter und so fort. Das haben wir alles gelöst. Und zwar tausendfach mit tausenden Leuten. Und ich schwöre dir, Mann, deine Situation wird nicht anders sein, dass es bei dir nicht funktioniert. Wenn das doch der Fall ist, dann geben wir dir das schon im Erstgespräch mit. Weil uns selber ultra wichtig ist, dass es funktioniert bei dir. Wir haben einen extrem positiven Ruf mittlerweile am Markt aufgebaut in Deutschland, im Dort-O-Dorf-Vertrieb. Die Leute kennen uns, die Leute wissen, dass die SHS für Qualität steht. Und die Leute wissen auch, dass wir für Ergebnisse einfach sorgen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können das bei dir nicht tun, dann wirst du auch gar nicht zum Coaching zugelassen. Das bedeutet, auch da brauchst du dir keine Sorgen machen. Der wichtigste Punkt ist, erstmal zu realisieren, dass den Standpunkt und die Herausforderungen, die du gerade hast, dass die lösbar sind. Dass wir sie lösen können. Und das Einzige, was wir von dir brauchen, ist dein Wille, hart zu arbeiten. Und darauf Prost. Was haben wir hier? Rote Beete, orange Karotte, roter Apfel und Acai. Auf deinen Erfolg in der Zusammenarbeit mit uns. Ciao.